Letztes Mal in Pokémon Schwert Okay, wir nehmen mal zwei Toastbrote mit. Toastbrote sind immer gut. Und Spaghetti sind natürlich auch immer klasse. Und Frikadellen sowieso. Und Würstchen nehmen wir noch mit. Und Gemüse nehmen wir nicht mit. Nee, aber einen Gewürzmix nehmen wir noch mit für die Würstchen. Und nun zurück ins Abenteuer. Tja, und damit herzlich willkommen zurück in Pokémon Schwert. Und das letzte Mal haben wir wieder mal einige Pokémon gekillt, die wir eigentlich fangen wollten. Und einige getroffen, die viel zu stark waren. Da rennt was auf uns zu, was ich nicht haben will. Ich will dich da haben. Naja, gut, eigentlich wollte ich das rosa, aber ich nehme auch das blaue. Auch kein Problem. Nehmen wir das blaue Quabbel. Die Frage ist, ähm... Ah, das ist sehr effektiv. Ja gut, aber der Wangenruppler ist nicht stark. Das könnte klappen und ihn auch paralysieren. Dementsprechend haben wir dann gute Chancen, es zu fangen. Das ist doch auch was. Ich denke mal drei Treffer und dann probieren wir es mal mit einem Superball. Ja, das sollte auf jeden Fall funktionieren. Wenn das nicht, wenn das nicht klappt, dann, äh, weiß ich auch nicht. Uuuuh, das hat reingehauen. So, bleib jetzt bitte drin. Ne? Jawohl. Sehr schön, klappt doch. Und Level Up für Schalellos. Und hier haben wir es mit dem Gleit-Pokémon zu tun. Vom Typ Wassergeist. Es hält seine Beute mit seinen schleierartigen Armen fest und zerrt sie 8000 Meter tief ins Meer. Uuuuh. Das hält eine Menge Druck aus. Äh, das nehmen wir ins Team. Das gefällt mir. So, ganz spontan. Ähm, und hauen dafür raus, Kamalm. So. Und dann gucken wir mal, wo befinden wir uns denn jetzt eigentlich. Ich denke, wir müssen in die Richtung. Denn das da hinten sieht mir aus wie Klaus City. Und in was sind wir jetzt reingerannt? Och, ne. Äh, schon wieder so ein blödes Velosi. Ne, das Vieh geht mir auf die Nüsse. Kannst du vergessen. Hier, äh, abgehauen. Verstehst du? Och, jetzt... Äh, jetzt mach mich nicht irre hier. Äh, Säure. Säure drauf hier auf das Vieh. Äh, ich hab nicht mehr viel KP, gell? Ja, ja, ja. Das hab ich nicht aufgepasst. Aber wenn es unbedingt will, dann holen wir eben Pampam raus. Und da gibt's einfach mal aufs Maul. Das Vieh hat sich bei mir echt versaut. Merkt er schon, oder? Also, äh, es ist echt... Ne, geht einfach nicht hier. Hier, Überwurf. Drauf, Junge. Ja, ja, versuch's halt mal. Rungs! Wech mit dir, Mistvieh. Tschüssen. Verstehst du? Von wegen Flucht gescheitert hier am... Wobei, wieso halte ich mich eigentlich zurück? Monetarisieren ist eh nicht bei meinen 40 Abonnenten. Hahaha. Eigentlich kann ich hier raushauen, was ich will, gell? Kann mir eh keiner was. Hahaha. Gut. Ähm. Wir gehen mal trotzdem so, äh, mal in Richtung Clore City. Ich bräuchte nämlich auch mal ein Pokémon Center. Oh, die Sackpfeifen. Ich liebe es. Die Mucke ist cool. Das gefällt mir sehr gut, ehrlich. Und Pikachu. Hut des Giganten. Okay, was hat's mit dem Felsen da auf sich? Der ist so auffällig. So richtig durchstöbern hier können wir später nochmal. Alles ist überhaupt kein Problem. Ich geh gerne nochmal zurück irgendwann. Naja, komm. Also das, äh, das machen wir alle, oder? Äh, das, äh, was wirkungslos? Ach, das ist gar kein Wasser, ne? Jedenfalls kein reiner Wassertyp. Ach, bitte. Komm, wir versuchen mal abzuhauen. Ja, geht doch. Hab ich jetzt gerade überhaupt keine Lust drauf. Sorry. So, dieser Stein ist... Uuuuh. Sonnenfell. Haha. Ah, hier liegt ein Item. Ach, dieses verdammte Fahrrad. Ne, jetzt steig ich ab. Wir haben's ja nicht mehr weit. Außerdem ist die sowieso hübscher ohne Fahrrad. Diese komische Fahrradmontur gefällt mir nicht so besonders. Hoffenweise Lauchstangen. Oh, hier liegt aber auch viel rum, du. Noch eine Stange dicker Lauch. Dann ist das doch auch eine, oder? Ja, ja. Was soll ich mit so vielen Lauchstangen? Was ist denn los hier? Ja, noch eine, ha? Na, komm. Ja, klar. Netter. Wir nähern uns Klar City. Und das ist ja eine regelrechte Festung. Alter Schwede. Das ist ja hart. Oh, hier, schaut mal. Das besorgt wir uns bei Gelegenheit. Aber nicht jetzt, weil ich wette, das kann ich eh nicht fangen. Aber das besorgt wir uns. Alter, was ist denn hier los? Was geht? Boah, das ist mein Portal. Meine Fresse. Du willst mir doch jetzt nicht etwas sagen, dass ich hier nicht rein darf. Dann hau ich dir eine drüber. Aha, ein Arena-Challenger, nicht wahr? Dürfte ich kurz deine Arena-Orden überprüfen? Da hätten wir den Pflanzen-Orden, den Wasser-Orden und auch den Feuer-Orden. Wunderbar, du hast insgesamt drei Arena-Leiter besiegt, einschließlich dem von Engine City. Weiter so. Du schon wieder. Wartest du auf Hopp? Der wird nicht kommen. Mit seiner Niederlage hat er nicht nur sich selbst blamiert, sondern auch den Champ, der ihm eine Empfehlung geschrieben hat. Wenn ich eher wäre, würde ich mich aus der Arena-Challenger zurückziehen und hoffen, dass ich vom Erdboden verschluckt werde. Du Assi-Junge. Soll ich dich hier gleich platt machen, oder was? Ey, ich mag Hopp auch nicht besonders, gell? Aber das, was du hier von dir gibst, Freundchen, ey, geht gar nicht. Sida, Sie wollen meine Orden sehen? Bitte sehr. Danke, Challenger Betis. Ich kann bestätigen, dass du alle nötigen Arena-Orden besitzt. Und jetzt muss ich mich entschuldigen. Ich bin mit dem Liga-Präsidenten verabredet, der bestimmt schon wieder deinen Namen vergessen hat. Ich freue mich darauf, den nie wieder platt zu machen. Also, ey, hoffentlich treffen wir irgendwo zum Ende hin nochmal auf den... Und können den richtigen Arschtritt verpassen. Aber jetzt genießen wir erstmal den Anblick von Claw City. Alter, was ist denn das? Jetzt fahren sie aber auf hier, oder? Was ne Festung! Leck mich am Arsch! Ist das geil! Erstmal ins Pokémon Center und dann schauen wir uns hier ganz in Ruhe um. Was ne Stadt, Mann! Ui, 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 ui! Ey, da kriege ich doch bestimmt auch nen Hintergrund für die Trainerkarte von der Stadt, oder? Wahrscheinlich erst, wenn wir hier nen Arena-Leiter besiegt haben oder so. Können ja mal reingucken. Seid gegrüßt! Womit kann ich dir helfen? Nein, äh, Kartomat. Ligakarte aktualisieren. Was? Nein. Äh, Kartomat. Neue Ligakarte erstellen. Das ist meine jetzige, so Hintergrund. Gibt's... Oh, der ist schon da. Oh, ja. Ich hätte zwar lieber noch ein besseres Bild davon irgendwie. Aber wir könnten mal diesen Effekt rausnehmen, oder? Ja, in dem Fall sieht das besser aus. Und... Vielleicht nen anderen... Äh, falsche Taste. So ein Mist. Äh, Hintergrund. Und... Du. Effekt. Genau. Ähm... Raus. Rahmen. Was haben wir denn hier? Ah, nee. Ah, ah. Nee, da bleibt man bei dem Rahmen. Oder gehen zu... Obwohl das mit dem Blau-Sahnen nicht schlecht aussetzt. Ein bisschen nen Akzent zumindest. Okay, weiter. Und jetzt möchte ich mich gern verschieben. Und zwar ein Stück nach unten. So, dass dieser Turm zu sehen ist. Ja. Auf jeden Fall. So, die Pose kann bleiben. Das passt soweit. Äh, nee. Nicht glänzend. Und... Und auch keine Quadrate. Wir bleiben bei der Mattenbeschichtung. Die nehmen wir so. So, wie sieht's denn aus? Ich weiß, das klingt jetzt seltsam. Aber... Roy sah noch nie besser aus, als in dem Moment, in dem er gegen Delian verloren hat. Diese Frustration, all diese Energie in seinem Gesicht. Okay. Ja. Ich liebe die Zahl 241. Warum? Weil das Roy's Trikot-Nummer ist. Bei Schließfächern und so versuche ich auch immer, die Nummer 241 zu ergattern. Ja, man kann's auch ein bisschen übertreiben, oder? Ja. Wusstest du, dass die Reihenfolge für die Arena-Challenge von der Stärke der Arena-Leiter bestimmt wird? Konnte ich mir denken, weil alles andere macht wenig Sinn. Willkommen im GP-Laden. Wie kann ich dir helfen? Ein was? Oh, hier gibt's Sonderbonbons für GP? Was sind denn Gewinnpunkte? Ach, hä? Hm. Gute Frage. Aber wie dem auch sei, wo wir hier gerade von Punkten reden, wir müssen mal noch was nachgucken. Wir haben nämlich Poket-Shops laufen gehabt und die müssten mittlerweile abgeschlossen sein. Wie sieht's denn aus? Herzlichen Glückwunsch. Da du einen neuen Orden hast, gibt es jetzt neue Aufträge für dich. Sieh sie dir mal an. Alles klar. Aber wir haben auch Erledigte. Was kriegen wir denn dafür? Und da kommen unsere Pokémon wieder, die wir ausgesandt haben. Deine Pokémon sind vom Auftraggeber zurückgekehrt. Diese Pokémon haben besonders gut gearbeitet. Okay. Alle haben ihren Job erledigt und Erfahrungspunkte erhalten. Oh, aber ordentlich. Der Auftraggeber scheint nur mäßig zufrieden zu sein. Okay. Beim nächsten Mal solltest du mehr Pokémon ins Ende der Typen zum Job passen. Cortini scheint dir etwas geben zu wollen. Als Dank für die Arbeit erhältst du zwei Flaschen Tafelwasser. Das ist ja cool. Okay. Oh, das sieht sehr gut aus, ja. Exzellente Arbeit. Deine Pokémon sind vom Auftraggeber zurückgekehrt. Die Pokémon haben besonders gut gearbeitet. Alle haben ihren Job toll gemacht und jede Menge Erfahrungspunkte erhalten. Krass. Das haut ja richtig rein, Mensch. Evoli will mir was geben. Eine Flasche Sprudel. Schön. So, was haben wir denn hier? Sechs Pokémon. Äh. Gibt es da drachen Pokémon? Oh, ne. Da können wir wahrscheinlich nicht helfen. Als Glückwunsch. Positive Feedback. Aufdrehen hat er neue Jobs eingebracht. Okay. Küchenhilfe. Viel Erfahrung mit der Handhabung von Feuer. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Feuer-Pokémon wir haben. Netzproduktion. Käfer-Pokémon. Da müssten wir ein bisschen was haben. Schauen wir mal rein. Käfer. Wir haben ein Käfer. Wir haben ein Käfer. Box 2 ist da bestimmt auch was drin. Hier haben wir noch Käfer. Wir haben ein Käfer. Und das war's. Ja. Ja. Mehr geht nicht. Ganzer Tag. Ist zwar eins weniger als maximal angefragt. Aber wenn sich das so lohnt. Doch. Dann kann man das schon mal angehen. So. Äh. Auch Käfer. Haben wir gerade alles weggeschickt. Eis-Pokémon. Müssen wir mal gucken. Maximal 4. Ich weiß jetzt nicht, was wir an Eis-Pokémon haben. Vermutlich nicht. Ne. Haben wir ja nur das eine. Gell. Und das. Haben wir. Haben wir das aus dem Team genommen? Ja. Ähm. Ich glaube, wir haben nur das eine. Dieses Eis hier. Genau. Das. Das. Wortwörtliche Eis. Ah ne. Hier haben wir noch Eis. Mit drin. Ja. Das war's jetzt allerdings. Ja gut. Dann schickt man halt nur die beiden los. Äh. Entsenden. Ganzer Tag. Feuerfrei. Gut. Dann hätten wir das auch. Okay. Jetzt ist es an der Zeit, uns in Claw City umzuschauen. Ich kenne jemanden, der verkleidet sich als Pokémon, damit er Pokéjobs annehmen kann. Also nur ein Bekannter von mir, nicht ich. Äh. Du hast dich verraten. Huhu Trainer, hast du schon einmal deine Liga-Karte umgestaltet? Je mehr Optionen man beim Design zur Verfügung hat, desto schwerer fällt die Entscheidung. Aber gerade das macht ja so viel Spaß. Ja. Äh. Habe ich schon ein paar Mal gemacht, tatsächlich. So. Was steht denn auf dem schönen Schild hier? Claw City. Eine historische Stadt, umgeben von Mauern, deren Entstehung bis ins Mittelalter zurückreicht. Das sieht man auch. Und das sieht richtig gut aus. Also gefällt mir wirklich richtig, richtig gut, was hier los ist. Auch mit Fackeln an den Wänden. An den Mauern und so. Klasse. Also das ist richtig gut. Es wäre voll toll, wenn es Lunchboxen gäbe, die man im Zug essen kann. Die Lunchboxen willst du essen? Ich würde eher den Inhalt essen. Aber wer drauf steht? Ich bin zu klein, um allein durch die Naturzone laufen zu dürfen. Deshalb fahre ich mit dem Zug. Ob ich schon alleine Zug fahren darf? Na klar. Oh, ich bin doch schon groß. Das hat jetzt sich ein bisschen widersprochen. Das ist wieder die mit ihrer Niederlage. Aha, aha, aha. Ja gut, dann schauen wir mal. Hier kommen wir bestimmt auch rein. Ja, das war mir irgendwie klar. Mal wieder bei ein paar Leuten der Türen eintreten. Ah, hi. Ich lebe mit Mikro zusammen und trainiere sie, weil ich sie einfach toll finde. Wir haben aber nichts mit den Flugtaxis am Hut. Habt ihr nicht? Na gut, trainieren darfst du ja trotzdem gern. Sei gegrüßt, junge Dame. Darf ich dir etwas über das Wetter erzählen? Ja, meinetwegen. Wundervoll. Dann fange ich so gleich an. Wenn während eines Kampfes das Sonnenlicht stark ist, dann werden Attacken vom Typ Feuer stärker, Wasserattacken dagegen schwächer. Pokémon können nicht eingefroren werden und bereits gefrorene Pokémon tauen auf. Attacken wie Solarstrahl, die sich des Sonnenlichts bedienen, können innerhalb einer Runde eingesetzt werden. Die Wirkung mancher Attacken wird verstärkt, zum Beispiel Synthese und Wachstum. Und die Genauigkeit von Attacken wie Donner und Orkan sinkt. Bitte nimm dies als Dank dafür, dass du mir so geduldig zugehört hast. Ja, für den Roman solltest du jetzt auch was rausrücken. Nein, heißt Brocken. Na ja, gut, okay. Das ist in Ordnung. Die Stadt dürfte ziemlich groß sein, wie das aussieht. Da werden wir ein bisschen zu tun haben. Ich muss schon sagen, dieser Mann im Pokémon Center ist echt beeindruckend. Er kann Pokémon nicht nur Attacken vergessen lassen, sondern auch bewirken, dass sie sich an vergessenen Attacken wieder erinnern. Juhu, der ist, wie wir schon festgestellt haben, jetzt in jedem Pokémon Center vorhanden. Jedes Kind weiß, dass Schätze immer von einem Drachen bewacht werden. Deshalb passt es ja so gut, dass Roll der Wächter der Schatzkammer ist. Ja, ja, verstehe. Verstehe. Skor City ist ein beliebtes Reiseziel für Leute aus der ganzen Welt. Kein Wunder, wenn du mich fragst. Diese Stadt ist wirklich großartig. Okay, aber ich finde doch diese Stadt ja auch großartig. Die Schatzkammer liegt außerhalb des Stadions. Okay, ist das für uns relevant? Ach, hier versperren sie uns wieder einen Weg, ne? Das nennst du Gesang? Wenn ich erst Chant geworden bin, hole ich mir alle Wunschsterne der Welt und schenke sie dir. Oh, da ist aber jemand ein gewaltiger Schleimer. Ob du die damit abholst, weiß ich aber nicht. Sind Leute, die einen Wunschstern finden, etwas Besonderes? Äh, in seinem Fall nein. So. Wobei, wir könnten mal kurz noch in den Bahnhof gucken, wenn wir schon mal hier unten sind, oder? Schauen wir mal da rein in die Station. Ich lebe, um zu essen. Ich werde nicht ruhen, bis ich alle Restaurants in sämtlichen Bahnhöfen galas ausprobiert habe. Ja, da hast du aber was vor dir, oder? Heute schmeckt unser Essen noch viel besser als gestern, versprochen. Aha. Warum ist das so? Und wieso ist die Qualität so schwankend? Hoffentlich kommt meine Freundin bald mal. Dieses Dusselgors stört mein Essen schon so gierig an. Welches Essen? Und, ähm, so. Verstehe ich. Da ist das Pokémon-Jornal. Ob ich mir die neueste Ausgabe kaufen soll? Ja, mach halt. Willkommen bei Pokémon-Supermarkt. Ja, was hast denn du? Oh, nix Pralles. Alles klar. Ja, darf man wirklich keinen Moment lang unnachsam sein, sonst tritt man in die Hinterlassenschaften eines Dusselgors. Ah ja. Vom Bahnhof ist immer was los, hier kommen so viele Leute durch, da ist kein Tag wie der andere. Ja, das, äh, dürfte tatsächlich der Fall sein. Vor allem an so großen Stationen wie hier in Klaus City, na, also ich nehme mal an, also es soll wohl sicherlich einen, einen der großen Hauptbahnhöfe darstellen. Ja, allein die ganze, die ganze Umgebung hier, das ist schon irgendwie ganz schön pompös. Eine Zuckererdbeere, was sind das Zuckerwerke in Form einer Erdbeere? Gibt man es Hokumil zum Tragen, dreht es sich vor Freude im Kreis? Was echt? Cool. Wenn wir mal ein Hokumil haben, müsst ihr mich mal dran erinnern. Ich hoffe, bis dahin kriege ich ein paar Kommentare oder so, dass wir das mal machen. Weißt du was? In Gala sind überall noch viele alte Gebäude von ganz früher übrig. Hm, sehe ich. Ich habe gehört, dass die Pokémon in der Naturzone allerlei Zeug in ihren Nestern horten. Es soll sogar Pokémon geben, die Tipees sammeln. Aha. Danke für den Hinweis, das müssen wir im Auge behalten. Du siehst mir vertrauenswürdig aus. Weißt du, es gibt da jemanden, den ich mag und ich habe ihm einen Brief geschrieben. Würdest du ihn für mich überbringen? Oh, ja. Ja. Das freut mich. Vielen, vielen Dank. Frank, ich heiße übrigens Paulina. Dann vertraue ich dir meinen Brief an, ja? Okay. Ich erhalte einen vergilbten Brief. Diesen Brief hast du von einem Mädchen erhalten, um ihn einem Jungen zu übergeben. Aus irgendeinem Grund sieht er schon etwas älter und vergilbt aus. Bitte bring ihn zu Frank in Fairbelly. Oh, okay. Das muss ich mir mal notieren. Ich habe nämlich nebenbei so ein kleines Notizbuch, wo ich mir solche Sachen auch mit den Pokéjobs und so aufschreibe, dass ich die dann in der folgenden Folge nicht vergesse. Ähm, genau. Das kann jetzt erstmal weg mit den Pokéjobs. Das haben wir nämlich gemacht. Und dann Brief von... Klaus City nach Fairbelly. Gut. Ja, mein Gedächtnis ist da immer so ein bisschen, deswegen muss ich das machen. Aber das sollten wir irgendwie hinkriegen. Eine Schlau-Brille, finde ich. Verstärkt auf Spezialangriff basierende Attacken. Okay, können wir hier rein? Ach komm schon, lass mich hier rein. Ach, Menno. Kann ich hier rein? Schade. In dem Gebäude hätte ich mich schon gerne mal umgeschaut. Naja. Können wir vielleicht in dieses... Oh, warte mal. Hier hat irgendwas geblinkt gerade. Oder war das der Pokéball da oben drauf? Hä? Ah, da hinten war es. Ein Sonderbonbon. Können wir trotzdem hier rein? Nee. Gut, das klappt also nicht. Okay, dann gehen wir mal auf die andere Seite von Klaus City. Oh, hier liegt noch was. Eine Kapselangriff Plus. Naja, gut. Wieso nicht? Waren wir hier schon drin? Nee. Oh, hier vorne steht auch noch einer in der Ecke. Oh, ich renne hier auch überall dagegen und dann wieder aus der Tür raus. Die werden sich auch denken... Nein, das wird es bekloppt. Soll ich dir verraten, wie zutraulich deine Pokémon sind? Ja, mach mal. Bei welchen Pokémon soll ich die Zutraulichkeit überprüfen? Mach mal Belektro, oder? Oder, 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 ja, mach mal Belektro. Belektro, dann wollen wir mal sehen. Ihr versteht euch schon ziemlich gut, aber da ist noch Luft nach oben. Okay. Das wird wahrscheinlich bei allen so sein. Na, willst du wissen, ob deine Pokémon auch wirklich alles geben? Äh, nein. Es reicht mir, was sie geben. Danke, ich bin stolz auf meine Pokémon, auch ohne das zu wissen. Du und deine Pokémon, also ihr habt das Zeug dazu, ganz dicke Freunde zu werden. Gib einem Pokémon dieses Item und seinen wundervollen Klang zum Tragen. Was? Gib einem Pokémon dieses Item mit seinem wundervollen Klang zum Tragen und es wird vielleicht noch zutraulicher. Ach, eine Sanftglocke. Alles klar, ja. Er ist besänftigen Träger und macht einen Zutraulicher. Alles klar, hm. Jaja. Gut, da haben wir zumindest mal ein paar Items abgegriffen. Ach, jetzt halten die mich auf. Liga-Präsident Roos, gestatten Sie mir, Ihnen einen Bericht zu erstatten. Meine Mission Wunschsterne und Orden zusammen schreitet reibungslos voran. Das ist erfreulich, Betis, nur weiter so. Vergiss nie, dass du deine Empfehlung für die Arena-Challenge Präsident Roos verdankst. Wenn ich Ihnen genug Wunschsterne bringe, können Sie endlich das Problem lösen, dass sie so belastet, nicht wahr, Herr Liga-Präsident? Hier geht es nicht um ein privates Problem, das nur mich betrifft. Es geht um die Zukunft Galars. Und Galar braucht nicht nur Wunschsterne. Galar braucht auch einen starken Trainer. Einen Trainer, der den Champ an Stärke ebenbürtig ist. Mit Verlaub, Liga-Präsident Roos. Einen der beiden Günstlinge des Champs habe ich bereits in die Knie gezwungen. Der Kampf ließ keinen Zweifel an meiner Überlegenheit. Und den Champ kann und werde ich ebenfalls bezwingen. Warten Sie es nur ab. Das ist Musik in meinen Ohren. Genau solch einen leidenschaftlichen Wettkampf wollen die Leute bei der Arena-Challenge sehen. Betis, es gibt da etwas, was ich mit dir besprechen muss. Wenn du mir kurz folgen würdest. Ich trau der ganzen Konstellation hier nicht. Ich trau auch immer noch Rose nicht. Und ich vermute ja fast, der benutzt Betis. Weil Betis ist einfach so ein Hornochse, der lässt das mit sich machen. Also irgendwas stinkt ja an der Nummer. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Na, Dani? Na, du hinterlistiges... Ich meine natürlich, hallo, Liga-Präsident Roos. Ich hoffe, du hast gerade gut zugehört. Wunschsterne sind rätselhafte Steine, die unter anderem auch die Grundlage für die Technologie hinter den Dynamax-Bändern bilden. Aber man kann mit ihnen noch mehr anstellen, als nur Pokémon-Riesen groß werden zu lassen. In ihnen stecken nämlich auch gewaltige Mengen an Energie. Wenn das deine Neugier geweckt hat, sollten wir gleich mal zusammen im Stadion vorbeischauen. Ich will dir dort mehr über die Energieversorgung der Galar-Region erzählen. Bitte folge mir. Ähm, nein? Wie wär's mit Nope? Ich will mich erstmal hier weiter umsehen. Danke. So was. Ja, man nennt mich Mr. Focus, weil ich stets auf den Sieg fokussiert und unglaublich stark bin. Na, bringst du die nötige Entschlossenheit mit, um mich zum Kampf herauszufordern? Ja. Ja, du bist wohl auch richtig fokussiert. Ja. Dann wirst du die Stärke von Mr. Focus jetzt mal am eigenen Leib zu spüren bekommen. Ähm, ja. Hau raus. Schwarzgurt Sven. Ist aber eher ein Rotgurt, oder? Waumboll. Mhm. Okay. Dann habe ich keine Ahnung, was ich machen soll. Wir versuchen es erstmal zu parallel... Level 2. Willst du mich verarschen? Echt jetzt? Gut, ich meine, das ist eine Attacke, da ist das halt so, ne? Aber... Das ist doch das Einzige, was es kann. Will der mich veräppeln? Aha. In Sachen Fokus hast du diesen... Hast diesen Kampf du gewonnen? Hm. 128. Was ist denn das für ein Pfeife? Ist das jetzt der Ersatz für einen Carpador-Trainer, oder? Ja, das hattest du nicht erwartet. Wie? Tja, es gibt halt ebenso viele unterschiedliche Arten zu kämpfen, wie es Trainer gibt. Gut, dass du so fokussiert bei der Sache warst. Möchte ich dir diesen Fokus-Gurt schenken. Oi, 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 oi. Ja! Man muss sich auf das Zusammenspiel von Pokémon-Items und Attacken fokusieren. Immer schön dran denken, okay? Ja. Danke. Diesen Schock muss ich jetzt erstmal verarbeiten und in der nächsten Session schauen wir uns noch mal ein bisschen weiter hier in Clore City um und gehen vor allem auch mal in die Shops, vielleicht haben sie ja was neues zu bieten. Bis dahin, habt eine gute Zeit, ich bin jetzt erstmal raus hier, haut rein!